Ich bin jetzt total falsch. Das ist okay so. Das ist okay so. Ich war in der falschen Reihe. Ich guck mir das mal an, so ein Bild. Ich hab mein Bild besorgt. Da soll die Schenke hin. Und wir sind aber jetzt hier. Hier soll das Zimmermannshaus hin. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 2, 2. Das ist schön, das ist ja schön, Roboter. Ja, Roboter anwerben, hallo. Also so erstmal Stein, können wir noch nicht bauen, ne? Nee. Ach, die Kirche, die Kapelle, ich bin ja bescheuert, die kann ich doch schon bauen, ey. Die kommt doch direkt neben den Marktplatz. So, erstmal. So, erstmal. So, erstmal. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, okay. Geblockt. Kann ich keine Kapelle bauen, warum nicht? Oder haben wir keinen? Meine Betriebe, wo sind meine Betriebe? Da. Oh, bitte, 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 mach doch das. Das muss doch mal automatisch gehen, das kann ich den nicht. Dann brauche ich noch ... So, wieso kann ich die Kapelle nicht bauen? Kapelle oder Kirche so da hin? Auf einmal geht das? Ist ja lustig. So, und hier für die andere Seite drehen. Ja, nicht so. Ach, jetzt hat er nicht in die Individuen. Das ist ja dann ... Ja, das kann man ja dann einsehen. Wenn wir sowas nicht mehr haben ... Wenn wir die Kirche hier warten, dann sind noch drei ... Drei Häuser daneben, aber ... Ich weiß nicht, wie das mit der Bärenhütze sein soll. Wir machen da also erstmal nichts. Ah, Schenkel ... Ach, eins, zwei, drei ... Ist ... ... wie das verrechnet ... ... oder, eins, drei ... Eins, zwei, drei ... Mist ... ... Zwei ... 3 Das ist ja immer noch Quatsch. Das habe ich da gemacht. Die sollten eigentlich in einer Reihe sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist richtig. Was stimmt denn da nicht? Was stimmt denn da nicht? So. Ja, und jetzt so hier. So. Was ist denn da die Straße so hin? Einige Bürger sind in ihrer Stadt gezogen. Ja. Ja. Oh. 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 Wir haben ein gutes Geschäft gemacht. Santa Barbara. Okay. Herr mit Barbara. Komm her Barbara. Barbara. Obwohl da kannst du gleich. Wir brauchen doch. Ja hier. So was haben wir ja nicht. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Nein. Wir sind ja genüksam. Wir sind ja genüksam. Wir sind ja genüksam. Oh. Fisch abliefern ey. Oh. Hier ist gar keine Verbindung siehste. Okay. Okay. Ich meine, dann sollen die Waren, die Waren ja auch bewegt werden können. Mit Wagen. Wagen wollte ich eigentlich sagen. So Barbara ist da. So. Dann fahren wir wieder zu unserem Kumpel. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Eisen. Können wir schon Eisen bauen? Nein. Stein. Aber Stein können wir. Können Stein. Warum Stein hier? Und was ist das? Salz. Salz. Salz machen wir später. Ritterburg will ich noch nicht. Was soll ich mit Ritterburg ey? Steine sind wichtig. Ach jetzt baut er die da nicht. Weil er uns nicht sieht. Ah. Da. Ist da noch mehr? so die hauptsache brücke ist mir eigentlich egal gewesen so dann kommt da nämlich nachher noch ein kühler hin so